Hallo Freunde des gepflegten Bartes, heute habe ich einen Teaser für euch, das heißt eine Ankündigung zu eines meiner neuesten Videos, das bald folgt. In diesem Video geht es um etwas ganz Spezielles und zwar um die Firma Brooklyn Soap Company. Diese hat eine Bartpflegeserie herausgebracht, die ich für mich persönlich das Triple nenne. In diesem Triple befindet sich unter anderem das Brooklyn Soap Company Bart Shampoo. Dieses lässt sich wunderbar aufschäumen, reinigt den Bart, macht ihn weicher und lässt sich kinderleicht wieder ausspülen. Dazu duftet es noch außergewöhnlich gut. Als zweites in diesem Triple enthalten ist das Brooklyn Soap Company Bart Ö. Dieses besteht aus hochwertigem Öl, glänzt wie Gold, macht das Barthaar weicher, glänzt wie tausend Sterne am Himmel. Aber ich will nicht zu viel verraten, lasst euch überraschen. Und zu guter Letzt, wir kennen alle das Problem als Vollbartträger, manchmal will das Barthaar nicht so wie wir wollen. Es steht ab, es liegt kreuz zu quer. Was hilft am besten dagegen? Natürlich ein ordentliches Bird Balm. Brooklyn Soap Company hat ein Bird Balm entwickelt, was wunderbar nach Eukalyptus und Minze riecht. Es stylt den Bart gut, es lässt sich wunderbar im Bart verteilen, einfach durchkämmen und es liegt wie ihr wollt. Aber wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten, lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal in dem neuen Video, euer TK.